1. Spaziergang Anna-Maria Zimmermann genießt Zeit mit Baby Vor gut einer Woche erblickte Anna-Maria Zimmermanns, 29, Sprössling Das Licht der Welt Jetzt war der kleine Mati mit seiner Mama spazieren. Das Schlagersternchen und der Sohnemann sind erst seit wenigen Tagen zu Hause. 2. Hier lassen sich die beiden erstmals gemeinsam eine winterliche Brise um die Nase wehen. Dick eingepackt traut sich die überglücklichen Neumami mit ihrem Baby vor die Tür. Und diesen Spaziergang scheint besonders sie total zu genießen. Das erste Mal an der frischen Luft. Wie gut das tut, kommentiert die 29-Jährige ihren Schnappschuss auf Instagram. Aber auch Mati scheint bereits putzmunter zu sein – vielleicht sogar ein klein wenig zu sehr. Er schafft es, immer einen Socken auszuziehen, lacht in ihrer Instagram-Story und zeigt das Nackedeifüßchen ihres Knirpses. Für sie könnte es kein schöneres Weihnachtspräsent geben, mit der unkomplizierten Geburt sind alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Was für ein toller Moment. Wir wurden dieses Jahr reich beschenkt, schwärmte die ehemalige DSDS-Kanditatin vergangene Tage auf ihrem Akkund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.